Hallo, mein Name ist Konstanze Hill, ich bin die Gründerin von mehrlustundliebe.com und ich bin heute hier bei den 20 Erfolgsverhinderern von Ernst Krammeri im Online-Seminar. Ich war ja immer so für Offline, ja, ich liebe das ja, dieses Gemeinsam wirklich physisch präsent sein und ich sehe jetzt diese Vorteile von diesen Online-Seminaren. Man kann das von zu Hause aus machen, ich brauche niemanden für Hund, Kind und Katz, ich kann was essen, wann auch immer ich möchte und man lernt unglaublich spannende Menschen kennen. Das sind so liebenswerte Leute, Leute, die alle auf dem Weg sind, Leute, die sich alle weiterentwickeln wollen. Mir macht dieses Seminar so wie jedes andere mit dem Ernst Lust und Liebe und dafür stehe ich ja auch. Also bin ich immer wieder und wieder und wieder dabei und bald sehe ich dich. Vielen Dank. Vielen Dank.